So liebe Zuschauer bei FCK TV, herzlich willkommen. Heute kleine Plauderstunde mit Michael Schulze. Schule, Servus. Servus, hallo. Erste Frage gleich mal zu deinem Namen, normalerweise Michael, aber ich glaube, zumindest habe ich das Gefühl, so nennen die ich die wenigsten. Ist es okay, wenn wir auch Schule sagen? Vollkommen in Ordnung und den Namen habe ich in einer Billung gekriegt von Fritze Meissner, als der mein Co-Trainer war. Okay, aber ich glaube, mit dem Nachnamen Schulze oder Schulze ist es relativ häufig, dass man dann auch Schule genannt wird, oder? Du bist auch nicht der erste Schule beim FCK. Ja, das stimmt, das ist relativ häufig. Ich hatte selbst beim VfL 2 noch einen Mitspieler, der hieß Schule und irgendwie spielen die auch komischerweise immer rechts hinten. Das liegt am Namen. Du hast gesagt, VfL Wolfsburg ist so ein bisschen dein Heimatverein, kann man sagen. Da bist du, glaube ich, groß geworden, hast du deine fußballerischen Anfänge gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du da zum VfL kamst und wie es dann da nach oben ging. Ja, ich habe in einem kleinen Dorfverein in Wolfsburg, SSV Wolfsfelde heißt der, angefangen, habe bis zur D-Jugend da gespielt und dann kam halt irgendwann mal der VfL, wie es so üblich ist, greift dann, sag ich mal, im Umkreis die Talente ab und dann bin ich mit zwei Kumpels zum VfL gewechselt und ja, bin seitdem eigentlich von der D-Jugend bis zum Profitum alle Jugenden durchlaufen und ja, es war eine gute Zeit. Es war eine gute Zeit, sagst du. War es denn auch eine gute Zeit unter Felix Maggert? Weil ich glaube, du hast auch unter Felix Maggert trainiert. Es gibt ja sehr viel über Felix Maggert, über sein Training. Es wäre extrem hart und es würde nicht so viel Spaß machen. Wie hast du dieses Training unter ihm erlebt? Das war für mich auch eine gute Zeit. Ich meine, Felix Maggert hat mich irgendwo zum Profi gemacht. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Ich habe Bundesliga-Einsätze unter ihm gehabt. Das Training war anspruchsvoll, sag ich mal, aber ich glaube, das hat mir gut getan. Gerade halt den Einstieg in den Männerfußball, da brauchst du irgendwie eine körperliche Voraussetzung und die hat er mir mitgegeben, sag ich mal. Das heißt, man kann sagen, er hat die Grundlagen geschaffen dafür, dass du so weit gekommen bist, wo du jetzt bist? Unter anderem. Also, ich denke, einen ganz großen Anteil hat da auch Lorenz Köstner, der, sag ich mal, aber den ähnlichen Ansatz vertritt wie Felix Maggert. Von Wolfsburg ging es dann weiter für dich, nicht direkt nach Kaiserslautern, sondern erst nach Cottbus. Da kamst du, glaube ich, in der Winterpause, ist das richtig? Ja, in der Winterpause, vorletzte Saison. Und hast dann dort eineinhalb Jahre gespielt? Ja. Auch recht erfolgreich? Recht erfolgreich, ja. Erste halbe Jahr, ja. Die zweite Saison sind dann eher weniger. Erste halbe Jahr deshalb erfolgreich. Du bist damals im Kicker gewählt worden oder vom Kicker gewählt worden zum besten Außenverteidiger der zweiten Liga. Ist es was, worauf man stolz ist? Ist es was, was für einen wichtig ist? Welchen Stellenwert hat so eine Auszeichnung, die natürlich dann doch schon jeder mitbekommt? Ja, stolz ist man schon drauf. Wichtig ist es für mich nicht so. Ich will meine Leistung auf den Platz bringen. Für mich ist es wichtig, dass wir gewinnen, dass meine Mannschaft Erfolg hat. Und wenn das so ist, dann wird der eigene oder der eigene Stellenwert auch immer besser. Und natürlich ist es irgendwas, was schön ist und es wird auch von vielen Leuten an einen herangetragen. Aber ansonsten so wichtig ist es mir nicht.